Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video, unserer Ls19 Mod Vorstellung und zwar heute, an diesem Tag geht es um den Forst, genau, unter P, dann gehen wir unter äh, äh, Moment, gehen wir unter Forstmaschinen, ähm, dann sieht man hier gar nichts. Denn, es ist vielleicht bei, wie ist es dabei? Oder ist es vielleicht bei unter Ketten 10 dabei? Hm, nein, Spaß. Ähm, ich hab's nicht gefunden, dann gehen wir unter Kategorie, äh, Marken und dann gucken wir nach, mhm, 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 schon hier. Und zum Beispiel, ich kriegst die Zeit immer schön, ähm, einmal so ein schon hier Fahrzeug, ähm, ich hab's von FPM, ich hab's natürlich in der Infobeschreibung, ich hab's halt, das passt, dann mach ich's nicht einzeln, dann mach ich's einfach, äh, und nehmen wir einfach jetzt mal das kaufen, nicht einzeln, sondern zusammen, weil es passt ja. Und, äh, ja, so, das ist das schöne Ding, äh, ich hab's auch hier mit, so, green, matten, zeig ich jetzt mal, nein! Oh, äh, 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 halt, stopp! Hier ist jeder jetzt so länger? Den fahr ich kurz verkaufen, weil, äh, ja, so. Wir wollten natürlich, wenn das richtige Ding holen ist, und, so, man, ha, wenn man immer zu schnell ist. So, fuppdiwupp, äh, wollten, die haben, dann, uh, wenn ihr schült, dann nehmen wir schon dort her. Ja, wo das von euch die Sticks, wo es gibt, ähm, jetzt können wir kaufen, oh Gott. So, wunderschön, sieht ja aus. Die zwei Maschinchen, das sieht man aber von oben. Das da hinten immer noch nicht beachten, bitte. So, ähm, ich steig mir mal ein. Und, ja, jetzt mal, von oben, sieht das ganz schön aus. Äh, können wir mit Z mal machen, Meter bis, neun Meter, äh, acht Meter, sorry. Kommt mal auf dem Bordcomputer, sieht man es auch. Äh, ja. Wir fahren 30 kmh. Also, nicht, ähm, einiges, äh. Ja, da fahr ich halt zu unseren Waldgebieten, testen wir die mal bis gleich. So, sind vor Ort, nach, für, nach 30 Minuten, sind wir angekommen. Ähm, so, ups, hier, die die Karte immer grad sind. Ähm, ja. Also, ich kann auch sagen, dieses Ding, äh, 14 Gramm hat immer gedauert. So. Auf jeden Fall testen wir mal das Ding hier. Ähm, ich muss zugeben, ich hab das vorher noch nicht gefahren, nicht getestet. Null. Wir klappen mal die Maschine an. Ola. So. So. Na, ganz normal mit der Maus steuern können. Wie üblich soll ich das mal machen. Natürlich, das ist ein dummer Stumpf. Und scheint so gut hingesch... Achso, ja, vielleicht soll man dieses... Ja, was soll ich die jetzt dann mal kaufen? Ja. Ähm. Ja, oberschwenken. Und, vielleicht bis tiefer reinzugehen. Ähm. Ich hab grad mal X gedrückt. Ich hab grad in die Standbild. Ah. Alty. Boah, Gott, du Gott, du Gott, du Gott, was geht denn hier? Ähm. Ähm. Oh nein. Kacke. So. Ähm. Also. Es hängt an diesem Giants-Kackbaum-Stumpf. Ey, hier ist das voll gesetzt mit Partikeln. So. Da, da. Äh. Ne, warte mal. Ähm. Ich will mal kurz, dass... Ähm. Ja, lol. Oh Gott. Ähm. Ähm. Moment. Ähm. So, danke. Ich will was kurz das andere Fahrzeug aussetzen. Austesten manchmal, man. So. Äh. Das ist voll schön lang. So. Ähm. So. Wieder ansteigen. Danke. Motoren. Spanggurter. Kann auch heranbringen. Modell. Äh. Äh. Ich weiß sowieso. Wenn man schon leckte. Also. Startbild. So. Jetzt gerade. So. Oh klar. Ich kann auch noch mal bei dem Mond. So. Man kann. Äh. 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 So. Äh. Äh. Aufklappen. Das ist ja cool. Okay. Ich kann mal Sänger auf. Ganz mal Maustasten. Bewegung. Es ist ja echt angenehm. Die Steuerung. So. 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 Oh ja. Oh ja. Was weiß ich mal. Oh Gott. So. 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 So.